Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Preah mit einer weiteren Folge zu Fallout 4. Draußen wird's dunkel. Vielleicht sollten wir uns einen Platz zum Schlafen suchen. Äh, nein und nein. Level Up wieder mal verfügbar. Ja, wir nehmen uns den 46. Womit hatten wir in letzter Zeit Probleme? Eigentlich nirgends. Bonus Schaden. Lässt feine Gelegenheiten. Mehr Schaden. Mehr Schaden. Hm, 2 Punkte für 10% mehr Schaden. Sicherlich keine schlechte Idee. Zusätzlicher kritischer Treffer Schaden. Hm, auch keine schlechte Idee. Äh, tötest du den Gen-Watts, den 15% dass deine Aktionspunkte wieder hergestellt werden. Hm, hm, hm. Okay. Äh, ich weiss nicht. Ich bin echt unschlüssig. Somit, ja, egal. Ähm, jo. Wir haben nicht mehr viel Munition. Aber, das soll uns nicht weiter stören. Dann hab ich mal vor, einfach mal eine andere Waffe zu benutzen. Ist doch auch eine coole Sache. Hm, ja. Questtechnisch. Hatten wir vor, Drift dich mit dem Runner zu machen. Und zwar, irgendwie so einen Sinn zurückholen. So, das ist hier. Hier waren wir überall noch nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie, ja, von da mal rüber. Ja, das machen wir jetzt auch. Ich sagte, ich habe jetzt gerade mal noch vor, ein bisschen mit der Power Rüstung rumzulaufen. Wir haben eh so viele Fusionskerne. Ja, einfach, äh, zwecks, ein bisschen mal was anderes. Style und Chatbag. Vor allem Chatbag. Ähm, ja, die Typen interessieren mich eigentlich wenig. Die würde ich gern umgehen. Nach Möglichkeit. Richtig gern umgehen. Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Oh, hier ist gut. Yay. Schau mal, was ich kann. Oh, ja. Ja, ja. Da. Hinten mich alle mal. Kaboom. Alter. Den hat's zerrissen. Mit seiner kleinen Bombe. Aber es soll mir mal egal sein. Wir laufen hier jetzt. Hier jetzt weiter. Der. Ich hoffe, Kate kommt uns nach dann. Oh. Na, du Kleiner. Da gehst du da um. Tja, mich versuchen anzugreifen ist einfach eine schlechte Idee. Sollte man einfach unterlassen. Ich bin einfach ein Biest. Wo sind wir denn hier? Okay. Irgendein Pier. Hier. Äh. Ja. Ja. Leuchten da. Geh mal irgendwie in your face oder so. Oh, mach nicht so. Da bumm. Oh. Ja. Jetzt aber. Geh den Boden aufzuwischen. Zahltag. Und wie müssen wir. Ja, wir müssen hier rumlaufen. Ja, du scheiß Vieh da. Ach, das kann ich mal. Ja, auch eine Möglichkeit eine Brücke zu bauen. Hier so ein Auto parken. Ich sag ja eins. Jetpack. Viel cooler. Ja. Ich find das cool. Das verbraucht zwar übelst. Fusionskerne. Aber was soll's. Was kostet die Welt? Sparen können wir später wieder. Na. Hier. Vielleicht noch was aufdecken. Ich mach einfach so. Bumm. Mitten rein. Aua. Du kakalake du. Geh sterben. So. Wir müssen hier weiter den Weg entlang. Ja. Hier sieht's gut aus. Ritter der Bruderschaft. Was machen denn die da? Huh. Oh, Wachboot. Ahm. Fusionskern, kann ich den? Okay. Lol. Aha! Ich kann noch auf Deckung schießen, deshalb, ohhhhhh. Da zerreisst es das Ding. Okay. Wachbott down, da ist zwei Fusionskerne. Ist gut, ist gut, ihr lieben Leute. Noch ein Wachbott, holy shit. Können wir den wieder? Fusionskerne. Ach, das ist schon fast zu einfach. Kabumm. Das ist ein bisschen wie Cheaten. Aber das ist eine legitime Möglichkeit. Aber in diesem Fall echt etwas OP. Da, dass die Dinger einfach onehitted und ja. Was soll ich da noch sagen, wenn das nicht OP ist? Im Normalfall müsste man hinten rankommen, aber scheiß drauf hier. Einfach GU durch und das war's. Wow, das Ding könnte allerdings übler sein. Das Ding könnte könnte uns zusetzen. Wow, alter, grad übelst laggy. Machen wir mal so. Ja, okay. Da geht er down. Wow, den hat's zerrissen. Aber sowas von. Den hat's definitiv zerrissen. Alles mit. Okay, wirft den Akampstand zurück. Ja, das ist mittelmäßig. Okay. Okay. Hier geht's zur Sache. Todeskornhaut. Funktionskiste. Wir machen das mal so. Yay. Grun. Alter. Den Vertibird hat's zerlegt. Definitiv. Mal schauen, kann ich da irgendwas looten. Das wäre noch interessant für mich. Hm, nee. Okay. Na, okay. Jetzt bin ich irgendwie stuck. Yay, Jetpack. Nice. Ich find das cool. Jetpack ist echt nice. Okay, soviel dazu. Ist die sind irgendwie Sünd gegen Bruderschaft oder was? Eigentlich will ich mich da raushalten. Momentan noch. Noch keine Seite wählen. Okay. Trifft dich mit dem Runner ist eigentlich mein Ziel. Ähm, das ist wo? Hier drüben. Na, dann tun wir das mal. Okay, Anwärter der Bruderschaft. Wir müssen sie doch dabei haben. Na. Das war's. Ich schwöre, der Wamm. Okay, legendärer Raider. Noch einer. Oh fuck. Das wird übel. Ähm. Den mal so. Okay, einer ist dann. Dann. Oh. Den würde ich gern so machen. Ja, der ist noch nicht down. Scheiße. Okay. Wow, 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 wow. Ähm. So. Ja, man will. Äh. Ja, natürlich. Jetzt mutiert er auch noch. Was ist das, was ich jetzt noch gebraucht habe? Ähm. Jawohl. Stimpack. Okay. Noch eins. Okay, sind die alle schon down? Nee, einer muss noch leben. Der lebt noch. In your face. Ja, jetzt aber geht er down. Geht der sterben? Jawohl. Da ist er. Down. Äh, schade. Stärke Ausdauer. Sturmgewehr. Nee, zu schwer. Aber irgendwo muss hier noch ein Legendärer rumliegen. Auch hier. Okay. Gar nicht schlecht. Okay, 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 okay. Noch ein Radar. Elder. Jetzt wird was zerrissen. Okay, da ist der Runner, mit dem wir reden sollen. Na, mister, was geht? Du musst der Runner sein, der nicht treffen soll. Ja, Sir. Bezeichnung X688. Ich habe die Wache bereits neutralisiert. Sagen Sie Bescheid und wir können den Angriff auf die Hauptflottille starten. Wo kommen bei dem Ding denn die Batterien rein? Äh, jo. Okay, dann los. Direkt hinter Ihnen, Sir. Oh, den Abtrünnen sind. Ja, und dann machen wir das doch mal. Hier rauf. Hier rum. Nicht allein. Was denn dafür war das? Na? Daneben. 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 Der hat gesessen. Ähm. So? Na, natürlich. Hier ist noch jemand. Na, komm. Hm. Da. So. Geh mal. Mann. Was soll denn der Kack hier? Wir müssen näher ran. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Und ich muss bald mal Waffe wechseln. Keine Muni mehr hab. So. Wir kommen mal hier näher. Ja. So. So. Hier da. In your face. Oh, nicht face. So. Na. Was denn? Glaubst du mir hier Asern haben zu können? In meiner Power ist du. Du hast ja wohl ein Rad ab. Lächerlich, was du hier abziehst. Ich will nur ein bisschen kitzeln. Ähm. Hab ich dich wieder. Wie fühlt sich das an, von dem Mädchen in den Arsch getreten zu werden? okay so hier mal den da der da mal drei okay cool na will nicht dann halt weiter das war eine fett man ich sollte glaube ich mal speichern und ich sollte mal waffe wechsel um vor allem mit dem plasmagier vor warum das hat gesessen der moment hat coole sache da ist neust na Na? Okay, das Ding geht ganz schön ab. Ja, hier packt es ein bisschen rum. Auch gut. Soll es rumpacken. Nix. Nix. Munition. Hier eine Waffenwerkbank. Oh, brauchen wir nicht. Reda Psycho. Komm her. Ah, da. Der da. Und noch einer. Der da. Und irgendwo ist da noch einer. Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein. Wo müssen wir eigentlich genau hin? Irgendwie... Hier rüber. Machen wir das mal so. Oh. Hat nicht funktioniert. Was für eine Scheiße. Ähm. Okay, vielleicht... Dein Asker hilft mir! Es wird nichts persönliches sein. Ähm... Okay. Doch, ich kann hier irgendwie raus. Ähm... Wie auch immer. Ich weiß noch nicht genau... Ich weiß noch nicht genau... Wie ich jetzt hier... hochkommen soll wieder. Ah. Ja, nee. Hier nicht. Hier. So. Ja, das lassen wir lieber. Ich muss hier... Ah, hier. Okay. Wir haben es geschafft. Ich hatte... Schon Angst. Hier irgendwie... Jetzt nicht mehr raus zu kommen. Ah, da war eine Fat Man. Eww. Ja, aber du nicht mehr. Wollte irgendwie die... Die Fat Man mitnehmen. Ja. Das hier. Sollte mich mal mehr hier auf die Gegner konzentrieren. Looten kann ich später noch. So. Ich weiß es. Ich habe sie verloren. Na? Oh. Na... Oh, legendärer Raider. Machen wir es mal so. Äh... Okay. Äh... Kopfweh kritisch. Nein. Der lebt noch. Jetzt wird er persönlich. Oh, okay. Komm, komm, komm. Stopp, 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 stopp. Nice. Mal zwei Stimpix hier reinhauen. Mal wieder voll machen hier. Ja, ist gar nicht schlecht, dass wir die Power Stimit haben. Ist gar nicht schlecht. Mutantentöter. Ach, so ein Scheiß. Stromgewehr. Ach ja, sonst nichts Tolles. ist. Hm... Diese Richtung? Irgendwo? Muss es hier weitergehen? Ah ja, hier. Gehts weiter hoch. Hm, ein kleiner Safe. Den knacken wir mal schnell. Na? Ja, komm schon. Open that shit. Ja, geht doch. Das nehmen wir gerne mit. Und das. Und das. Und das nicht. Ähm, irgendwo war hier genau. Hier war noch ne Küste. Hier ist... Was ist hier noch? Vielleicht ne Comic? Yo. Nice. Naja, es war klar, dass hier wieder ein Comic ist. Okay. Coole Aussicht hier auf jeden Fall. Nice Aussicht. Ähm... Weiter nach oben. Patrone. Patrone nehmen wir mit. Das hier noch. Ja. Atommine. Ist auch cool. Okay. Wir scheinen es bis nach oben geschafft zu haben. Ich bin jetzt noch mit uns. Dann mal auf da. Rein da. Hören Sie kurz, Sir. Ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Okay. Ich höre zu. Ich gebe Ihnen den Zurücksetzungscode von B592. Hört er ihn, werden seine kognitiven Prozesse zurückgesetzt und er wird gefügig. Sagen Sie, B592. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Danach den Autorisierungscode Gamma 7 1 Epsilon. Wenn er abgeschaltet ist, kann ich ihn sicher zum Institut bringen. Okay. Gut. Ich würde gerne unnötige Gewalt vermeiden. Oh. Ich hatte auf einen Kampf gehofft. Vielleicht ist er da nicht allein und wir müssen Gewalt einsetzen. Das ist alles, Sir. Bereit, wenn Sie es sind. Okay. Ähm. So. Oh. Nett. Le Vosil Terribles. Ach was. Wie auch immer das heisst. Französisch oder so. Don't know. Ähm. Okay. Wir nehmen es auf jeden Fall mal mit. Wir werden es zwar nicht nutzen, aber handeln. Ähm. Kate bekommt mal die Fat Man. Das hier. Oh. Und dann noch etwas Schrott. Ja. Sollte man reichen hier. Fürs Erste. Schauen wir mal hier weiter. Was ist denn das hier? Hm. So eine Kackpistole. Ein Safe. Der ist Einsteiger. Okay. Den kriegen wir auch. Nice. Cool. Ah jo. Aklauer Box. Öff. Tüftüftüftüftü. Ich speichern wir nochmal schnell. Ich bin heute etwas verplant. Wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwie da oben. Ah, okay. I see. Radar, Gabriel, Ötländer. Na? Gabriel, du bist nicht der, der du sein glaubst. Du bist ein Synth und wir bringen dich nach Hause. Ein Synth? Was zum Teufel redest du da? Ich erinnere mich an alles. Ich weiß, wo ich aufgewachsen bin und wer meine Eltern waren. Erklär mir das mal. Es ist hart, aber die Wahrheit. Deine Erinnerungen wurden verändert. Du bist ein Synth. Hör nicht auf die. Mann, die wollen dich kirre machen. Halt deine Schnauze verstanden. Ich will nichts mehr hören. Tut mir leid, Sir. Aber ich habe meine Befehle. Okay. geh hier, sterbe ihn. Muach! 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 Muah! So hätte das nicht laufen sollen, aber egal, ich würde es gerne nochmal versuchen, eigentlich. Ich würde es gerne nochmal versuchen, ja. So. Das ist Beute von ehrlichen, hart arbeitenden Commonwealth-Banden stiehlt. Mh, jo. Gabriel, du bist nicht der, der dir zu sein glaubst. Du bist ein Synth und wir bringen dich nach Hause. Ein Synth? Was zum Teufel redest du da? Ich erinnere mich an alles. Ich weiß, wo ich aufgewachsen bin und wer meine Eltern waren. Erklär mir das mal. Ich probiere es mal so. Ich mache es dir ganz einfach. Gib auf oder wir töten dich. Na geht doch. Können es mit euch nicht aufnehmen. Bitte tötet uns nicht. Hör nicht auf die! Mann, die wollen dich kirre machen. Halt deine Schnauze, verstanden? Ich will nichts mehr hören. Tut mir leid, Sir. Aber ich habe meine Befehle. Was zum Teufel sollst du? Okay. Hat nicht funktioniert. Na, dann halt so. Na, komm. Na, stirb endlich. Ja, geht doch. Nein, bleib hier. Okay. Egal. Wir hätten auch den Code direkt nutzen können, aber das hätte theoretisch wahrscheinlich auch nichts geändert. Egal, 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 egal. Okay. Safe benötigt Terminal, benötigt Meister. Na. Pech gehabt. Gut. Hier gibt es nichts mehr zu holen, so wie es aussieht. Gibt den Safe, aber ja. Gut, gut. Mal sch... Oh, nee. Äh, mal speichern. JJ Quest. Äh, sind ein Behaltung. Kehre zu Vater zurück. Tjo, dann machen wir das mal. Institut. Teleporting, Mr. Zum Tele... Zum Institut, bitte. Scheint auch mit Power-Rüstung zu funktionieren. Mein Papa sagt, du seist Vaters Papa. Aber er ist viel älter aus, als du. Tja. Ich habe keine Angst vor der Oberfläche. Nu. Und wenn eure Navigationssoftware noch nicht gepatcht wurde, holt das nach diesem Meeting nach. Wir brauchen keine Sünds, die gegen Wände laufen. Das wäre alles. Ihr könnt euren Pflichten nachgehen. Okay. Erwartungsanfragen sollten an die Abteilung Anlagen gerichtet werden. Sparen Sie Energie, wann immer Sie es können. Ähm... Wozu... Ich glaube nach oben. Ich glaube hierauf sollten wir... Ja, hier ist es genau. Hier und dann hier nochmal hoch. Genau. Und wie... Ah, hier ist er. Hallo. Schön, dass du unversehrt bist. Die Aufgabe war schwierig, aber du musstest selbst erleben, wie gefährlich ein abtrüniger Simp sein kann. Ähm... Yo. Gabriel und seine Bande waren kranke Bastarde, die ihre Opfer wie Trophäen aufgehängt haben. Gut, dass es vorbei ist. Wir können zwar nichts für Gabriels Opfer tun, aber das Wissen, dass die Gefahr gebannt ist, spendet uns etwas Torst. Aber genug davon. Die Aufgabe ist erledigt und du hast den Sünd unversehrt zurückgebracht. Besser hätte ich es mir nicht erhoffen können. Gut gemacht. Während du weg warst, habe ich ein Quartier für dich einrichten lassen. Du findest alles, was du brauchst. Sowie reichlich Waffen und Ausrüstung. Schau es dir mal an. Es wird dir bestimmt gefallen. Okay. Geh in dein Quartier. Und wo? Runt, so wie es aussieht. Glaub ich zumindest. Schön Sie zu sehen. Und wo? Hier? Ach, hier oben. Oh Mann. Ich mach doch überhaupt nichts. Verdammt. Ihr seid so nichts zu gebrauchen. Ich finde raus, was passiert ist. Entschuldigung, Doktor. Wenn du irgendwas auch nur entfernt Verdächtiges siehst, melde dich sofort. Das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Verstanden? Ja, Sir. Weißt du was? Verstanden. Okay. Ist es das hier? Nee. Glaub nicht. Ich glaube noch eins weiter. Ja, ich glaube noch eins weiter hoch. Ja, hier. Ihr Quartier ist da drin, Sir. Jo. Wenn Sie hier fertig sind, Sir. Möchte Vater Sie sehen. Okay. Wow, das hat aber wenig XP gegeben. Und dann geht's aber. Ja, ich hin spreche. Nein. enca sausage. Ja, jawohl. Vielen Dank. Also geht's,테 mir nicht mehr AU